Hallo meine lieben Freunde, Montag ist und ich genieße ein wenig das Kühle nach einem ordentlichen Gewitter in der Südsteiermark. Ja, die 44 Grad, die man uns für diese Woche prophezeit hat, die sind dann doch ausgeblieben. Auch die 38 Grad, mit denen man uns den Dode prophezeien wollte, wie die Regenwürmer nach einem Regen, die am Asphalt gegrillt werden, ja auch diese sind ausgeblieben. Ja, auch die 36 Grad, anhand man uns den Hitzetod andichten wollte, ja auch diese sind ausgeblieben. Ein Sommer wie damals, ein Sommer wie immer. Auch wenn es die Klimahysteriker, Angstnerotiker und Hitzeautokraten nicht so gern hören, die Giftwischer in den Medien, die nun zu Temperaturen in Kreta, Dubai, Sizilien, Apulien, Spanien oder Griechenland greifen müssen. Ausgerechnet jene, die nach Griechenland, Spanien, Dubai, Sizilien, Apulien auf Urlaub fahren, weil es ihnen hier in unseren Breiten zu kalt ist, sehen uns Ante Portas vor dem jähnen Hitzetod. Ich genieße diese herrlichen Sommerstunden hier in der Südsteiermark und freue mich morgen Dienstag, wenn ich im Studio ein wenig für erhöhte Temperaturen rund um die 50 Grad sorgen kann. Wenn ich Herrn Dr. Bornmäner erkläre, dass er ein Vollidiot ist. Also seid dabei, morgen ab 21 Uhr in OE24 TV, Fellner Live. Ich freue mich. Wir sind natürlich live, immer mit den aktuellsten Themen. Bei uns ist nichts aufgezeichnet oder zusammengeschnitten. Wir sind authentisch, auch nicht gekauft. Also Dienstag ab 21 Uhr, OE24 TV und ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Egal wo, auf YouTube oder vor dem TV-Gerät. Aus Spanien, Kroatien, Frankreich, Italien oder aus Leibniz, Floretsdorf oder Salzburg. Also seid dabei, morgen 21 Uhr, OE24 TV, Fellner Live.